Jochen, da bist du! Hör mal, der Ausblick ist da sensationell! Meine Bitte, herzlich willkommen in Hamburg! Schön, dass ich mal treffe! Wie geht's dir? Gut! Alles gut? Was machst du hier oben? Tauben füttern, oder? Ich bin ganz da oben. Oben bin ich schon. Sensationell! Wahnsinn! Lass mal erst mal was futtern und was trinken. Da ist das große Hotel da hinten. Das ist Hamburg, ne? Meine Perle! Super! Bitteschön! Vortritt! Ladies first! Ja! Sentiment before! So, dann gehen wir mal! Freut mich, der darfst du hier sitzen! Einspaziert, hier stehen wir! Wieder geht die I! So! Oh, schön! Bitteschön! Gehen wir mal hereinspazieren! Einfach Sachen reinschmeißen! Naja, also eins, oh! Ja! Geht das hier, ne? Jaja, ich will nur nicht hier was zerballern! Nee, nee, zerballern ist nix! Besser hat man sich das nicht vorstellen können! O-Ton! Sören Top! Felix sowieso! Der Glückliche! Und Trio gewinnt! Perfekt! Genial! Geil! Ich find Jochen total genial! Also, toller Mensch! Essen ist schon unten! Ich hab den Hunger nach Erfolg! Nicht den Hunger nach Essen! Ja! Jetzt kommt der Pokal! Wir holen uns die! Ja! Lasagne! So! Bereite dich dann ausführlich wie zu Hause! Da rein spazieren! So, egal! Boah, hier! Super! Das sieht man! Das wird hier unsere Sternstunde! Ha! Das weiß nur noch keiner! Gefällt dir? Super! Oh, danke! Ich such jetzt einen Brass-Sound raus! Dann schon mal! 7 Monate fast am Ende! Keine Kohle nur 4 Wände! Ba 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 ba! Brass, Brass, Brass! Brass! Synth-Trumpet! Ich muss raus, ich muss saufen! Kleines Schepsie mir noch kaufen! Der Rudi weiß Bescheid, der Rudi weiß Bescheid, der Rudi weiß Bescheid. Jeden Monat fast am Ende, keine Kohle, nur vier Wände. Ich will raus hier, mich besaufen, kleines Schnäpschen mir nur kaufen. Jeden Monat fast am Ende, keine Kohle, nur vier Wände. Für mich, vor so einem Mikro im Tonstudio, ich kann weniger Instrument spielen, noch Noten lesen. Dafür ist das schon richtig geil. Danke, hör mal, super. Jeden Monat fast am Ende, keine Kohle, nur vier Wände. Ich will raus hier, mich besaufen, kleines Schnäpschen mir nur kaufen. Und dann weiter, geil? Ja, super. Ich bin völlig sprachlos. Also, ich hätte, ganz ehrlich, ich freue mich wie auf Weihnachten. Ich freue mich wie auf Weihnachten, dass Jochen hier ist. Es muss nicht immer Shampoos sein, es reicht auch mal ein Tütenwein. Ein Tütenwein schmeckt auch ganz fein, läuft goldig in die Kehle rein. Es muss nicht immer Shampoos sein.